Ich bin ehrlich mit euch. Bis vor ein paar Jahren habe ich mich noch regelmäßig mit meinen Mädels getroffen, um Castingshows zu schauen. Mein Feed auf Social Media war voll mit Bildern und Videos von wunderschönen, schlanken, frisch gebräunten und durchtrainierten Frauen. Und wenn ich den Fernseher angeschaltet habe oder nur durch die Stadt gegangen bin, habe ich auch da ausschließlich Werbungen und Plakate von genau diesen normschönen Idealfrauen gesehen. Diese Schönheitsideale betreffen vor allem unsere Körper. Man macht sich Gedanken darum, wie die Haare liegen oder ob die Beine in der Jeans gut aussehen oder ob die Dellen an den Oberschenkeln mehr werden. Durch Schönheitsideale werden leider auch oft Essstörungen befeuert, insbesondere die Magersucht. Magersucht wird in der Fachsprache als Anorexia nervosa bezeichnet oder vereinfacht als Anorexie. Sie zählt zu den Essstörungen und ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung. Betroffene sind nicht einfach nur unzufrieden mit ihrem Körper oder machen mal eben eine Diät. Die Erkrankung bringt sie dazu, gedanklich ständig um das eigene Gewicht zu kreisen, Kalorien zu zählen oder zu viel Sport zu treiben. Ein zentrales Merkmal ist die Furcht davor zuzunehmen. Weißt du, wie viele Kalorien du heute schon zu dir genommen hast? Also ich weiß das nicht. Bei Betroffenen ist das anders. Sie achten akribisch darauf, was sie essen und möglichst wenig zu essen. Zusätzlich verausgaben sich Betroffene häufig beim Sport und sorgen dafür, noch mehr Kalorien zu verbrennen. Es gibt auch anorektische Personen, die sich absichtlich erbrechen oder Appetitzykler verwenden. So nehmen Betroffene in kurzer Zeit sehr stark ab, sodass das Gewicht von magersüchtigen Personen deutlich zu gering ist. Das kann in vielen Fällen sogar lebensbedrohlich sein. Anorexie ist tatsächlich die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeitsrate überhaupt. Das liegt daran, dass der Körper der Betroffenen durch das Essverhalten stark geschädigt wird. Das Problem bei der Anorexie ist, dass Betroffene an einer Körperschemastörung leiden. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung des eigenen Körpers verzerrt ist. Für Betroffene fühlt es sich so an, als wären sie zu viel oder auch zu dick, obwohl sie es objektiv gar nicht sind. Sie sehen vielleicht, dass die Zahl auf der Waage immer kleiner wird. Wenn sie in den Spiegel schauen, kommt ihnen der eigene Körper aber trotzdem unförmig oder zu dick vor. Viele empfinden sogar Ekel oder Hass. Gleichzeitig besteht eine große Angst davor, an Gewicht wieder zuzunehmen. Auch das führt dann dazu, dass das Essen weiter so stark eingeschränkt wird. Wie entsteht aber jetzt eine Essstörung eigentlich? Von Anorexie sind insbesondere junge Mädchen und Frauen betroffen. Aber auch bei Männern gibt es die Erkrankung. Meist beginnt sie in der Jugend, oft verbunden mit einer stressigen Zeit oder einer Diät. Vielleicht kennst du das ja auch. Man fühlt sich nicht mehr ganz wohl, fängt vielleicht mit einer Diät an oder beginnt gesünder zu essen. Vom Umfeld kommen dann oft positive Kommentare. Die Jeans sitzt auch wieder besser und man fühlt sich erstmal wohl. Problematisch wird es, wenn die Diät immer strikter verfolgt wird. An diesem Punkt kann auch eine Bulimie entstehen. Das ist eine andere Essstörung. Beide Störungsbilder sind sich aber ähnlich. Das betrifft auch die Art und die Weise, wie sie überhaupt entstehen. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Das sind zum einen soziokulturelle Aspekte, also das vorherrschende Schönheitsideal in der eigenen Kultur. Genau dabei sind auch Model-Casting-Shows relevant. Auch Fitness-Influencer oder Werbung haben einen großen Einfluss. Du kennst doch bestimmt die perfekt retuschierten Werbeplakate für Bikinis oder Unterwäsche. All das trägt dazu bei, dass ein bestimmtes Körperbild in unseren Köpfen ganz unterbewusst zum Ideal wird. Stell dir mal eine ganz erfolgreiche Person vor, die Job, Familie und Alltag total im Griff hat. Wie sieht diese Person in deinem Kopf aus? Wahrscheinlich hast du dir eine schlanke Person vorgestellt. Das liegt aber nicht daran, dass nur schlanke Personen erfolgreich sein können, sondern dass unsere Gesellschaft uns so geprägt hat, dass wir uns ganz automatisch eine schlanke Person vorstellen. Soziale Medien haben viele Aspekte noch verstärkt. Gerade junge Menschen tauschen sich damit aus, zum Beispiel über Diätverhalten oder Fitnessziele. Das passiert auch dann, wenn man es gar nicht darauf anlegt. Der Algorithmus spielt eben beliebte Inhalte aus und so hat man ganz schnell neue Fitnesstrends und schlanke, trainierte Körper im Feed. Aber auch familiäre Faktoren spielen eine Rolle für die Entwicklung einer Erstörung. Wenn es in einer Familie zum Beispiel viele Konflikte gibt, kann auch das ein Einflussfaktor sein. Manche Patientinnen und Patienten berichten von sehr leistungsorientierten Eltern, andere eher von sehr wenigen Regeln und Grenzen. Beides kann sich auch auf das Essverhalten auswirken. Im Essen finden Betroffene nämlich eine Möglichkeit, Selbstkontrolle zu übernehmen. In vielen Fällen ist es auch so, dass schon andere Familienmitglieder eine eher schwierige Einstellung zum Essen haben. Die Mutter macht zum Beispiel immer wieder Diäten oder ärgert sich, wenn sie zugenommen hat. Es ist ganz verständlich, dass es zu Häufungen von einer problematischen Einstellung zum Essen innerhalb von Familien kommt. Ein wichtiger Entstehungsfaktor sind nämlich auch biologische Aspekte. Man kann nicht genau sagen, zu welchem Ausmaß die Gene die Entstehung einer Essstörung beeinflussen. Man weiß aber, dass sie in jedem Fall eine Rolle spielen. Auch hormonelle Veränderungen können ein Risikofaktor sein. Das ist besonders spannend, weil während der Pubertät viele hormonelle Veränderungen anstehen und das gleichzeitig ein Alter ist, in dem Essstörungen oft zum ersten Mal auftreten. Darüber hinaus sind auch individuelle psychische Faktoren relevant. Verschiedene Persönlichkeitsmerkmale können begünstigen, dass sich eine Essstörung entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel ein hoher Perfektionismus, Ehrgeiz und hohe Leistungsansprüche. Aber auch ein niedriges Selbstwertgefühl. Erste Diäterfolge führen dann zu einem Push des Selbstwertes, um motivieren, weiter abzunehmen. Man ist stolz, dass man so diszipliniert durchgehalten hat und oft kommen auch Komplimente von anderen. Irgendwann landen Betroffene dann aber in einem Teufelskreis, aus dem sie allein kaum noch aussteigen können. Es ist deshalb wichtig, möglichst frühe Anzeichen für das Ausbilden einer Essstörung zu erkennen. Die auffälligsten ersten Anzeichen für das Entstehen einer Essstörung sind Veränderungen im Essverhalten oder eine starke Zunahme von Sport. Darüber hinaus sind auch schon Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen oder emotionale Veränderungen erste Warnzeichen. Man ist zum Beispiel eher gereizt, frustriert oder häufig traurig. Die Gedanken kreisen immer öfter um das Gewicht oder um Essen, wenn man isst, nicht mehr mit Genuss. Bei der Anorexie ist es so, dass das Essverhalten überkontrolliert wird. Das kann so weit gehen, dass man nur noch zu bestimmten Ruhezeiten ist oder nur noch in ganz kleinen Mengen. Typischerweise wird auch irgendwann das Essen mit anderen Menschen vermieden. Ist man erstmal im Teufelskreis angekommen, dauert es häufig eine Weile, sich das einzugestehen. Hilfe durch Fachpersonen ist deshalb besonders wichtig. Weitere Informationen zu weiteren psychischen Erkrankungen findest du auf unserem Kanal. Das ist die Neu des Zahnarfs, des Zahnarfs, die Menschen anstörungen sind. Das ist die Neu des Zahnarfs, die Ziel des Zahnarfs und die Zahnarfs auf dem einen, den Teufelskreis zu erhöhen. Das ist die Neu des Zahnarfs, die sich der Zahnarfs, die Laufehnung aus dem